Der Adler Express Mieten Sie unsere einzigartige nostalgische Pimmelbahn als Zubringer und Event-Shuttle bei Unternehmen, Erlebnis- und Infotagen für Special Events und Großveranstaltungen. Der gesamte Zug lässt sich wunderbar einfach beschriften und garantiert auf den Besucher stärksten Veranstaltungen eine hohe Anzahl an Kontakten. Werbespots und Informationen werden während der Fahrt von den Passagieren gerne gehört. Die werbewirksame, sympathische Erscheinung ist auch ein ideales Fotomotiv, das gerne auch in Social Media und Groove bereitet wird. Frohe Gesichter und gute Laune, da nimmt man Werbung gerne an. Der Bimmelbahn-Seitenwind-Test bei Windstärke 12XXL Der Adler Express wird dieses Mal auf seine Windstabilität bei extremen Bedingungen getestet. Wird unser Zug einem Tornado aus der Luft standhalten können? Die Bimmelbahn-Wissenschaftler wollen das dieses Mal genau wissen und begeben sich in ein aufregendes Abenteuer. Mit einem Hubschrauber wird ein Tornado aus der Luft erzeugt und so getestet, ob der Adler Express auch bei extremem Seitenwind stabil und sicher stehen bleibt. Der Test kann beginnen. Zwei, drei Fahnen fliegen wohl davon. Doch der Adler Express steht sicher wie ein Fels in der Brandung. Test bestanden.